ob na los so fress dich mit äpfel voll so dass du stirbst kann mir jetzt mal jemand ich nerv nicht gern aber wenn wenn ich nahe wenn ich hier schon zwei parts fast rumstehe und nicht bauen kann ist das ein bisschen kacke ich gehe jetzt wieder zu slash abbauen mach ich wenigstens ein bisschen was an die schwapp abbauen slash abbau ja ja genau naja macht ja okay dann würde ich sagen aber jetzt genug wieder umgekackt hier und holen jetzt hier noch mal schwert axt schaufel spitzsack raus und sammeln jetzt erstmal noch mal ein bisschen stein und holz weil wir können ja eh grad nichts machen und das mal statt nichts ist ja auch ein bisschen kacke wenn wir die ganze zeit rumgammeln ich hoffe mal das war jetzt nicht so langweilig dass ich hier die ganze zeit nichts gemacht habe ein normales nichts machen ja macht das ja übel spaß und so ich hoffe man hört die musik ich glaube ich ein bisschen leise aber ich hoffe ich bin bald mal endlich bilder nein leute die nicht so gut englisch können damit meine ich jetzt nicht bilder also ich will kein bild werden sondern bilder das heißt auf deutsch bauer ja ich glaube schon ich weiß nicht jetzt ich glaube Also ihr könnt immer Server join IP ist in der Beschreibung Und Ne So ist er dann Ich hoffe man da kommt jetzt kein Creeper oder irgendwas runter Sonst hab ich uns nicht gefickt Aber auf ordentlich Richtig hardcore fett Aber es sind auch viele wirklich nur Farmer Was bringt das bitteschön Als Farmer kannst du nichts bauen Und in Minecraft baust du nochmal was Und das ist ja so gut wie kacke Ah das ist ein Apfel Ist noch ein Apfel Slash Sparen So Falsch geschrieben Aha ich bin ein Pirat Man ich will auch was bauen Was ist denn das für ne Gülle So ach da ist mein schönes Grundstück Das weiß ich jetzt langsam auswendig Aber ich kann wahrscheinlich immer noch nichts bauen Nö Irgendwie ja schon grad langweilig ne Irgendwie ja schon grad langweilig ne Aber was soll ich machen Ah ich hab noch mal Holz Oh man es sind so viele Leute hier und kann mich nicht einer mal zum Zum Bauer machen Ich will nur bauen Oh Leute Mein Gott Ich kann dir vielleicht mal so ein bisschen den Server zeigen Wenn ich schon nichts bauen kann Ah ne das ist nicht verpackt Das ist einfach so das Holz Sieht mir so komisch aus Auf dem Boden geht das ja noch Ja das geht auch noch Schicke Häuser auf jeden Fall Das sieht ganz schön lol aus das Haus Ähm Hier so ein kleines schickes Haus Mit Gardinen Ich frag jetzt einfach nochmal Creepy007 Creepy007 Kannst du mich zum Bilder machen Kommt vielleicht persönlicher Wenn ich hier die ganze Zeit irgendwie rumspam und so Dann will ich auch nicht Ich werde nur Bilder sein und dann war es so sein Dann würde ich ganz normal hier weitermachen Und... Los точent Hä? You... Don´T Have Permission For... For... This... Area Tralididoo, ich bin eine Kuh, mache meinen Mund auf und Schuh. Die haben alle irgendwie fast derselben Skins, kann das sein? Oh, ich schreibe wie so ein kleines Kind, ne, das geht gar nicht. Also. Warte, 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 warte. ja 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 nein lightning ich bin nur hier unten hallo bitte bitte das ist aber kein owner oder irgendwie so oder admin ich würde nämlich gern mal irgendwas hinbauen und ja das geht irgendwie nicht und das ist ein kacke hau dass wir wer von der spinne gestorben das sind echt künstler die das können er ist das ist das fail soli ich bin hier unten bitte beachte mich mal ich will ja 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 ich komme ich kann nichts hinbauen das ist voll scheiße der wächte echt verbunden ja kann ich jetzt kann ich jetzt nee 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 geht noch nicht geht nicht geht nicht guck hier das ist irgendwie kacke ja 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 ja, Leute, wir können ja nicht bauen, das ist doch nicht geil! Wuhu! Tralalalalalalalalalalala, boah, ey, dafür danke ich dir tausendmal Lightnings holen, dass ich jetzt endlich attraktiv hier bauen kann. Mhh, ist das geil. So, machen wir mal hier, nutzen das ganze Grundstück aus. Ich weiß nicht, ob man auch später mal größere, größere, größeres Grundstück bekommen kann. Und, ähm, ja, jetzt geht's hier ranz an, ans Bauen, wir haben ja ein bisschen genug gefarmt. Wäre auf jeden Fall, oder ist auf jeden Fall scheiße gewesen, weil, sorry dafür, aber, jetzt hat mich halt niemand um mich gekümmert und ich, ich wollte doch nur Aufmerksamkeit und ich wollte doch nur was bauen. Und jetzt kann ich endlich was bauen, sorry, dass ich euch so lange gelangweilt hab, die Leute, die durchgehalten haben. Und, top! Oh, das war meine Mami. Hört ihr sie? Daumen hoch für den, ähm, für den Mutterausraster, weil das ist auf jeden Fall sehr episch. Aber ich glaub, man hat's nicht gehört, so doll. Okay, ja, geht auf jeden Fall. Gut, bauen das jetzt noch ein bisschen höher. Und, oh, wir haben sogar, boah, wie viel Holz haben wir denn eigentlich? Ich bin ja ein hobbyloses Kind. Ich glaub, meine Mutter will grad auf Toilette, meine Schwester lässt sie nicht rein. Oh mein Gott. Okay, ich glaub, so reicht das, die Höhe. Alter, wenn ich mich gefreut hab, dass ich was bauen kann, das ist so episch. So sau episch, dass man endlich was bauen kann. Irgendwie viel mach ich das Holz. Das, 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 das Holz hat Stil. Das sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Ich mach jetzt nur mal ne Tür rein. Und dann hat das dann später alles mal so ein bisschen, nehmt das langsam Gestalt an. Ich würd sagen, ich trenne das in zwei Räumen. Einmal hier in meinem Schlafraum und in meinem Arbeitsraum. Ähm. Das hab ich mir irgendwie so gedacht. Wisst ihr? So. So. Damit das auch, okay. Ja, das sieht gut aus so. Alles klar. Zack, 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 ich spinn. Cool. Wenn wir kein Material haben, dann bin ich auch erstmal, würd ich sagen. So, eine Tür. Ich brauch noch genug Holz für meine Tür und dann würd ich sagen, boah, das macht grad so viel Fun, auf so einem Minecraft-Multiplaster, mit anderen Leuten zusammenzuspielen, Grundstücke und so. Das ist ja, das hat eher was Rollenspielartiges an sich. Das ist ja eigentlich voll geil. Und ich mach mir jetzt nochmal ne Tür. So. Was heißt eine? Ich brauch noch eine. So. Noch ne Tür. Und. Zack. Dann verabschiede ich mich erstmal, würd ich sagen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich danke Lightning Soul, dass er mir endlich die Rechte gegeben hat. Macht's gut. So sieht unser Haus bis jetzt aus. Naja, ich hab das ganze Grundstück genommen. Aber. Boah. Geht's euch schon mal für den Anfang gut. Ich verabschiede mich. Ich würd sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss.